hallo dampfer schöne feiertage und alles gute für das neues jahr hier ist ein neuer karton meiser so eine art 306er klein widerstand ist 1,7 ohm mal kurz nachprüfen ich bin mir da nicht sicher nein 1,6 sagt also low resistance verdampfer ist ganz schön klein aber da ist warte drinne dieses drip tip hier ist auch ganz schön es hat eine silikonkabel die kommt einfach hier drauf ist sehr angenehm das sind hier 3,2 noch mal das war der eine karton meiser ein ganz toller gag nicht so lange karton meisers sondern einfach mal einen kleinen karton meiser die leistung eines 306er hat mit 1,5 1,6 ohm jetzt gibt es hier ein bibi tank ja leider gab es nicht im blau ich habe den im shop probiert da kaufe ich mir immer meine besen und liquids shop ist in griechenland aber es wird es ja auch bald in deutschland geben denke ich mal das ist ein dual foil karton meiser und zwar ist da hier so was verbaut der tank hier außenrum ist recht dick unten und oben aufschraubbar so sieht das ding aus 1,3 ohm widerstand und hier wieder ja reserve und hier habe ich halt einen drinne liquid ist vanille tabak selbst gemischt 50 50 50 der hat einen unheimlich sehr tollen geschmack sehr intensiv und hat auch einen harten flash also ich habe jetzt hier 4er liquid selbst gemischt 4mg nikotin das haut rein wie sau der kopf 1,50 euro ich habe mit dem hier mit diesem kopf 20 milliliter geraucht und er ist noch zu gebrauchen ich habe den nur getauscht um zu sehen ob diese wendeln hier auch na jetzt kriege ich das nicht richtig rein da da kann man sehen warte mal warte mal na wie ist die richtige position ach jetzt kriege ich das doch nicht hier so rein wie ich will da sieht man der dort ist fast neu obwohl ich dadurch 20 milliliter geraucht habe ich habe den natürlich nicht hochgejagt ich demonstriere das mal auf dem halb vollen 14 500er der ist halb voll der ist fast am ende der akku und der da wenn er ungetaktet wird schmeckt sehr gut vanille tabak damit habe ich angefangen und die zigarette sein lassen und bin seit april eigentlich neuer dampfer aber ich habe mir unheimlich viel zubehör nachgelegt weil ich mit dem ganzen karten meister und die titans nicht zufrieden war er mein genesis das war mein erster selbstentwickler der glv und danach folgte der talus und der dit dit ist wieder auf 1,5 ohm sehr soft aber hier fehlt mir der flash ich mache es noch einmal vielleicht sieht man es besser ja ist sehr angenehm also nicht so ein rein rein hauer aber der hier haut mir richtig die Lunge weg 1,3 ohm ahh hm ah sieht man jetzt wohl nicht so toll na moment ho Ja ich meine es ist auch die scheiß blaue Display und ich habe wahrscheinlich auch zu viel Licht aber ihr könnt es mir glauben es ist 1,3 Ohm Dual Coil Boah, unheimlich viel Geschmack und Fleisch, sehr intensiv, sehr gut Für Leute die nicht so gerne wickeln tun ist das sehr empfehlenswert die auf viel Kick stehen und Geschmack ist einem Selbstwickler fast ebenwürdig so das war es von mir frohe Weihnachten und ein tolles gutes neues Jahr für das Jahr 2013 mit viel Gesundheit und Glück und natürlich viel Dampf und viele tolle neue Geräte das war es von mir bis bald Ciao und Danke fürs Reinschauen